Heute. Noch sind sie Freunde. Holifas hat den Mann von Melanie Schmidt erschossen. Bis Meldy Warrit erfährt. Warum hast du was gemacht? Entschmelz, spinnst du? Sie haben also auf ihn geschossen, obwohl er mit erhobenen Händen vor ihnen zurückgewichen ist. Wenn schon. Es waren meine Rosen, es ist mein Haus. Er hat nur bekommen, was er verdient. Was kriegst du jetzt? Nein, nein, nein. Ja, kleid mich ruhig ab. Hinter Gittern, heute ab 20.15 Uhr.